hallo meine lieben freunde ich bin es wieder euer robin hood schön dass ihr wieder mit dabei seid neueste folge starfield machen gleich weiter ich hoffe dass es noch geht in der letzten folge muss sich abbrechen wegen dem controller dann habe ich seit release von airsports worden so lange schon und ich muss mir erst neun kaufen mal sehen was wir bei amazon so ein angebot haben der ps5 controller ist vor ein paar wochen auch kaputt gegangen ach so wir können auch vorgleich die sachen verkaufen für dich deine eltern haben dir richtig manieren beigebracht habe ich bei unserem letzten planeten ausflug gesehen wird zum service hey ich finde eben einfach ich halte sie auf beschleunigen ich hätte nichts gegen ein upgrade er kann er sogar vielleicht das benutzen geben wir erst mal die schweren sachen die müssen wir nachher auch verkaufen diese sachen da kriegen wir viel geld für aber das wollen wir jetzt in dieser folge nicht machen ein paar schwere sachen wenn man sich eine reine waffe aussuchen die auch noch so ist dann so wir sind nicht weiter das wollte ich mit euch machen rückkehr nach verterra aber es ist traktor stellt den betrieb auf verter ein allerdings hat man dem von der wird nichts mehr gehört ich hatte über ein jahr schon probleme ist aus mit dem linken stück vorsichtig du bist zurück du bist zurück oh zu barrett kommen wir noch oh nein fang nicht damit an barrett reicht mir schon sein papagei kann mir gestohlen bleiben als du weg warst kamen noch mehr piraten diesmal hatten wir nicht so viel glück calvert troy und ein paar neue dusties haben es nicht geschafft ach ihr verlust traf mich unerwartet hart sie lagen dir am herzen so ist das bei uns geht es um deadlines und die credits doch am ende haben wir es mit menschen zu tun nicht mit maschinen ich war streng mit ihnen damit sie gut arbeiten hielt sie auf abstand um sicher zu gehen doch als ihr boss stehst du auf ihrer seite jedenfalls steckte ich mit barrett hinter ein paar kisten fest mitten im kugelhagel und laserfeuer kein grinsen mehr er wusste was die stunde geschlagen hat ich wollte mich in den kampf stürzen doch er legte seine hand auf meine schulter und meinte bleib hier lin ich mach das idiot er wollte sich also opfern opfern ne der kerl ist hart am nehmen als er aussieht plötzlich sind zwei der piraten tot und den dritten hat er im schwitzkasten er zerrt ihn mit sich die waffe am kopf entweder wir reden oder die schläfe dieses typen macht bekanntschaft mit dem dritten newtonschen gesetz und da kamen sie mit heller an es lief so gut bis dahin ich hab nicht alles mit gehört doch nach einer kleinen ewigkeit hob barrett die hände hoch die piraten haben sie beide verschleppt seitdem sind sie verschwunden ich muss bered und heller retten wer weiß wo sie hingesprungen sind ich wollte das schiff im com gebäude kontaktieren doch die piraten hatten da ganze arbeit geleistet der versuch ist es wert aber die chancen dass du sie lebend findest sind ich hab diesmal viele leute verloren dass die ich will nur noch weg die packen wohl ihre spielsachen ein und gehen langweiler ok wir müssen da ich glaube wir müssen da rein so mal sehen da geht gar nicht rein hier oh da können wir sogar mit boosten ja ok geht so ok da geht's wo rein wo muss es hier rein gehen wir müssen nach oben weil wenn ich hier in die treppe rumgehe dann muss das doch hier rein wo ich gerade gewesen bin tut's aber nicht tut's aber nicht wo ist mit dir da ich muss aber noch einmal bis der booste auflädt wo ist das hier hinter das ist dann äußerst merkwürdig da hinten ist aber auch noch ein ziel das ist genau das hier das ist aber auch noch nicht das ist ja das ist ja wie ist das da kommt sie raus da kommen wir da aber auch eigentlich rein ach jetzt die tür offen so merkwürdig ob sie muss mit rein wichtig ist eigentlich nur dass wir das hier alles looten damit wir die container aufhaben da müssen wir rein das ist natürlich jetzt die frage wo die ist wo die sind oder wie das auch so das ist aber leicht zu schaffen sag ich einfach mal so das ist generell eigentlich nicht einfach die Ich denke mir, bei jedem Schloss Was verbirgst du? Ich lese Ich weiß nicht, dass er nicht mehr ist. Hallo, ich mach mir gerade mal eine Zigarette. Hallo, ich mach mir gerade mal eine Zigarette. So, müssen wir uns die mal schnappen, weil wir glaube, wir müssen die nochmal rauf. So, müssen wir uns die mal schnappen. So, müssen wir uns die mal schnappen. So, brauchen wir nur eine. So, sagt der jetzt nicht mal an wo der ist. Moment mal. Achso, die müssen wir uns doch schnappen. Die ist jetzt hier irgendwo. Geh mal von aus. Wo die jetzt sein sollte, weiß ich nicht, aber die werden wir gleich haben. So, müssen wir uns die mal schnappen. Hier sind die auch nicht drin. Aber das ist ja merkwürdig. Da müssen wir erstmal hier nochmal. Da steht, da höre dir Notübertragung 01 an. Kommt ein Gebäude, der einen Hinweis darauf befinden könnte, wohin sie verschwunden sind. muss hier einen Hinweis geben. Aber den muss es ja eigentlich denn hier irgendwo geben. Eigentlich zeigt dann das Spiel das immer, aber das muss ich jetzt suchen. Forschungslabor. Das bringt nichts. Da können wir nur Sachen verbessern und sowas alles. Na ja, macht das hier auf, aber man kommt nicht mehr ran. Hier kann man nichts lesen. Das stimmt. Ja, der wird nicht mehr, die sind. Langsam war uns! Die sind nicht mehr an. Schauen Sie gerne mal an. Das ist ganz schön groß hier alles zusammen. Das könnte lange dauern, bis ich das wirklich raus habe. Wir machen Denkfehler, aber eigentlich nicht. Ich probiere das nochmal. Notübertragung 01 an. Ich glaube, das haben wir schon gelootet. Das ist im Inventar drin. Neue Items. Da ist es. Außer Reichweite von was? Von dem Sensoren-Array of Vectera. Denk doch mal mit. Sobald wir aus dem Sternensystem sind, sinkt die Bandbreite von sofort auf quasi nie. Was hilft es denn, eine Nachricht darunter zu schicken? Willst du Lynn etwa sagen, wie übel es für uns aussieht? Sie hat ja nicht mal ein Schiff. Du unterschätzt, wie viele Bewunderer ich in der Galaxie habe, Hella. Irgendeiner davon wird schon auftauchen, um ein hübsches Gesicht wiederzusehen. Wir sind verloren. So richtig verloren. Ich hab's. Okay. Wer das auch findet, ich hänge die interstellaren Koordinaten an die Metadaten der Übertragung an. Rettet uns. Ich wiederhole. Rettet uns. So, Lynn ist glaube ich nicht weit weg. Wollen wir mal sehen. Steht da draußen, ja. Bekommst du den Computer wieder zum Laufen? Hab eine Übertragung gefunden von Barrett. Was? Zeig mal her. Ach, witzig. Obwohl er noch lebt, will ich ihn nie wiedersehen. Hella dagegen? Okay, ich schick dir die Koordinaten von der Übertragung. Du findest sie, okay? Es dauert noch, bis Argos mich abholt. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Und hey, falls ihr je Hilfe braucht, bin ich gegenüber einer neuen Tätigkeit nicht abgeneigt. Vielleicht sollte ich Argos Adieu sagen. Rekrutiere Lynn als Truhmitglieder. Das können wir auf jeden Fall machen. Wir müssen nur welche entlassen. Du scheinst gut beschäftigt zu sein, Dusty. Wenn du eine kompetente Reisegefährtin brauchst, sollten wir uns unterhalten. Mein Vertrag bei Argos läuft aus. Und ein Tapetenwechsel wäre nett. Du wärst die perfekte Reisebegleiterin für mich. Komm doch mit. Warte mal. Ich melde mich, wenn ich dich brauche. Wie kannst du mir helfen, für mich zu arbeiten? Damit komme ich problemlos klar. Schlimmer als für Barrett zu arbeiten. Ha! Kann es nicht sein. Ist okay für mich. Ich mache jede Arbeit. Sag mir nur, wo du mich brauchst. So, Crew kann gelandete Schiffe überall zugewiesen werden. Aktuell keine Aufträge für sie. Ach so, der ist auch nicht zugewiesen. Okay, ich mache mich an die Arbeit. Wir reden später. Hat geklappt. Reisen nach Golga. Warte mal. Systeme bereit für das nächste Abenteuer. Star Parcel fragte ein unbekanntes Schiff. Ich könnte Hilfe bei einem dringenden Paket gebrauchen. Bitte bestätigen. Toll. Echt toll. Machen wir nicht. Sam, äh... Letzten Monat. Hast du das System erkundet? Ich hatte einen Bericht erwartet. Naja, ich habe einen Notruf empfangen. Und das wurde dann eine längere Sache. Und? Hast du es gemacht? Nein, ich wollte. Aber dann ist das eine Riesensache geworden. Ein Botschafter war beteiligt. Soll ich einfach jemand anderen beauftragen? Das ist vielleicht das Beste. Ich wille. Entweder. Ich kann mich nicht mehr. Aber dann bin ich morgens. Ich wille. Und wenn du es. Ich bin nicht genug. Ich bin eben nicht mehr. Dann bin ich die gleiche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, verlassen Verzerrung, okay, das kenne ich, wie das geht Ich glaube, wir müssen sowieso dahin Dann laufen wir da mal schnell hin Na, das bringt jetzt nichts, aber Na, geht so Ich glaube, laufen ist schneller Ich glaube, wir müssen das Oh, Hella. Oh, hey. Du bist es. Ich dachte schon, irgendein Pirat will mir den Rest geben. Ich Glückspilz. Medizin? Du stehst zwar schwer unter Schmerzmitteln, aber ansonsten wirst du erstaunlich gesund. Du meinst, wenn man sich das Wrack anguckt? Tja, das Schlimmste hast du verpasst. Bin mir ziemlich sicher, dass wir alle Notfallmedikamente genommen haben. Weißt du, was mir durch den Kopf ging, als ich dich auf Ectera auf die Medbench legte? Heilige Scheiße, ich hab jemandem das Leben gerettet. Hab mich seltsam stolz gefühlt. Also, äh, dann sind wir jetzt wohl quitt. Als man uns auf das Piratenschiff schleppte, hatte ich Todesangst. Barrett, so. Sorry, Bruder. Ich hol uns hier raus. Vertrau mir. Das erklärt nicht den Absturz. Oh, dazu komme ich noch. Er wollte, dass wir einen Kampf anzetteln, damit die Piraten denken, sie müssen eingreifen, bevor einer von uns stirbt. Er brüllte, der Junge ist ein Killer. Wie soll ich mich gegen diese Zähne zur Wehr setzen? Der wahlte das Gesicht ab. Hätte nicht gedacht, dass es klappt. Aber sie kamen tatsächlich. Dann ging das Handgemengelos. Und Barrett griff nach einer ihrer Waffen. Und da hat jemanden erschossen, den er nicht hätte erschießen dürfen. Und er hat auf etwas geschossen, auf das er nicht hätte... Bingo. Er schoss den Piloten in den Rücken und direkt in die Flugsteuerung. Wir stürzten wie ein Stein aus dem Orbit. Ich verlor das Bewusstsein. Als ich aufwachte, grinste er mich an, als wäre nichts gewesen. Du hast die Party verpennt, Heller. Da rette ich dir mal den Hintern. Und du bekommst es nicht mal mit. Dann macht er diese Schussgeste mit dem Zeigefinger. Aber Barrett ist nicht hier. Ich muss ihn finden. Oh, stimmt. Damit hätte ich anfangen sollen. Die Schmerzmittel vernebeln alles. Zum Glück tauchte dann ein Schiff auf. Doch dann sah ich, dass es zur Crimson Fleet gehört. Und dann meinte Barrett, ist schon in Ordnung. Ich krieg das hin. Er murmelte ihnen etwas zu. Dann waren sie weg. Grimson Fleet hat ihn. Schon wieder. In der Kürze liegt die Würze, die Piraten haben, Barrett. Genau. Reg dich darüber auf. Schließlich liege ich hier halbbewusstlos rum und falle dir zur Last. Vor ihrem Grafsprung empfing ich ein Signal. Muss Barrett gewesen sein. Ich konnte es mir noch nicht anhören. Hier. Hey. Ich sollte mitkommen, oder? Sonst bist du ganz alleine. Bringen wir dich auf die Füße. Nee, wir holen ihn später ab. Ich glaube, er weiß nur, wo er ist. Bin über den Berg. Ja, eigentlich geht es mir echt gut. Gib Bescheid, wenn du aufbrichst. In Ordnung? Ach, ich glaube, er weiß nur, wo er ist. Ach, wieder ein Crewmitglied. Ja, das ist natürlich in Ordnung. Hast du immer noch Platz für mich auf deinem Schiff? Joa. Ich muss von diesem Felsen runter. Fähigkeiten, die zu meiner Crew passen. Ah, da bin ich aber erleichtert. Ich dachte kurz, du lässt mich zurück. Was steht heute auf dem Plan? So, das lassen wir wieder einmal so. Alles klar. Dann bis später, Boss. Danke, dass du mich mitnimmst. Okay. Notübertragung 02 an. Gucken, ob wir das schon haben. Du hast der Flieh jede Menge Ärger bereitet, Barrett. Hey, seit wann ist es denn Ärger bereiten, wenn man sich einfach nur gegen Angriffe wehrt? Hey, Pilot, kannst du deinen Arm ein bisschen nach links tun? Ich sehe die Instrumente nicht. Nicht bewegen. Er will unser Ziel herausfinden. Wahrscheinlich überträgt er gerade die Unterhaltung, während wir noch im Orbit sind. Ah ja, ich dachte, das wäre recht offensichtlich. Okay, okay, weg mit der Waffe. Ich bin fertig. Siehst du? Meine Netzhäute sind nicht auf die Konsole gerichtet, sondern auf die tolle Sicht ins All. Fesseln ihn. Auf der Basis amüsieren wir uns dann. So. Mal sehen, wo der sich versteckt hat. Reise nach Bessel 3. Okay. Mal sehen, wo der sich versteckt hat. 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 Das war's. Das sieht geil aus hier. Barret haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Was ist denn los hier? Im Universum ist nichts gar nicht. Reist man weit genug, werden selbst die physikalischen Gesetze relativ... Soll das wieder ein Scherz sein? Kim. Ihr habt mich gefunden. Warum hatte ich das Gefühl, dass es so läuft? Schön, dich zu sehen, Barret. Hey, das entwickelt sich ja zu einer richtigen Party. Ich hätte was zu trinken mitbringen sollen. Ich bring dich nach Hause, Barret. Eigentlich ist es hier ganz nett. Diese Mazzura ist ein guter Gastgeber. Warum sollten die letzten Momente keine angenehm sein? Das mag ich an dir, Mazzura. Du bist ein echter Alleskönner. War schön mit dir, Barret. Aber ich kann dich nicht einfach so gehen lassen. Ist die Constellation bereit, für die Freiheit dieses Mannes zu zahlen? So, wir werden ihn überzeugen. Hoffe ich. Lass meinen Freund gehen. Sonst hört das Telegado. Könnte auch klappen, aber wir müssen hier weiterkommen. Soll ich hinterher etwa mit leeren Händen dastehen? Oh, das wird sehr schwer. Also wenn du dich blamieren willst, dann von mir aus. Barret macht eindeutig mehr Ärger, als er wert ist. Die toten Piraten sind das beste Beispiel. Was das angeht, hat er wirklich Talent. Barret hat wohl ein paar gute Freunde. In Ordnung. Ihr könnt gehen. Wunderbar. War mir ein echtes Vergnügen. Hm. Viel Glück noch mit, äh, naja, den Entflugen und all dem. So. Töten könnte man sich hier nach oben schauen. Komm lieber nicht wieder her. Sei froh, dass der Boss so nett ist. Warum nicht? So, das ist eine Loge. Bevor ich bei der Constellation war, war ich fast nie hier. So, das ist ein Trautesheim. Sorry fürs Warten. Ich bin auf Bekehre aufgehalten worden. Barrett, wir haben uns Sorgen gemacht. Naja, ein paar von uns. Ich kenne dich, Walter. Bestimmt hast du während des Wartens auf meine Rückkehr heimlich in deine Geldhaufen geweint. Tatsächlich hat Walter noch mehr als sonst über dich gemeckert. Er hat sich also wirklich gesorgt. Lass das, Cautry. Ist das etwa? Wir hatten ewig nur ein einziges Artefakt. Und jetzt seht euch das an. Spürst es, oder? Seit ich das Zweite gefunden hatte. Seit den Visionen. Sie wirken einfach beruhigend. Hey, ich bin auch nicht wieder voll da. Außerdem habe ich dich in all das reingezogen. Wie wäre es, wenn ich dich mit den seltsamsten Ecken des Universums vertraut mache? Oh, das wäre interessant. Gemeinsam reisen klingt gut für mich. Wer ist denn der Captain der Frontier? Man sollte nicht an einem Schiff hängen. Wenn es zum fünften oder sechsten Mal explodiert und man wieder mal verschollen geht, geht auch die Liebe. Außerdem ist die Frontier nun ein Schiff der Constellation. Du gehörst jetzt dazu. Also teilen wir es los. Boah, ich level ab. Ich weiß, dass die Artefakte alle in helle Aufregung versetzen. Aber wir müssen objektiv bleiben und auch an mögliche negative Folgen denken. Wir müssen den Controller doch mal an und abstöpseln. Ich hoffe, das klappt jetzt. Ja, klappt. Hier sind wir... Jetzt haben wir dabei auch nicht was geschafft. Ich muss mal was gucken. Meine Skills. Was hatten wir hier? Was war, glaube ich, hier? Fitness. Mehr Sauerstoff. Verbrauche 20 Mal allen verfügbaren Sauerstoff und alles verfügbare Kohlendioxid. Okay. Da müssen wir auch ein bisschen leben lassen. Das wusste ich jetzt noch nicht. Das wissen wir jetzt. Schleichen. Boxen. Auf gar keinen Fall. Wohlbefinden. Durch einen aktiven Lebensstil und eine gesunde Ernährung kann man sein allgemeines Wohlbefinden und sogar seine Lebenserwartung steigern. Erhöht deine... Na, nee, das brauchen wir eigentlich nicht. Obwohl wir weiß, wie weit das nicht mehr noch geht, ne? Ja, machen wir ruhig mal. Heile 200 Schaden. Da kommen wir nachher auf 40. Ist auch gar nicht so schwer zu erreichen. So, wir machen gleich weiter. Kraft aus dem Jenseits. Mein Scanner erfasst ein paar Verzerrungen. Ich sollte ihn im Auge behalten und die Quelle der Verzerrung lokalisieren. Er wirbt die Kraft auf Bessel 3b. Da waren wir ja, glaube ich, vorhin. Das ist noch nicht aktiviert worden. Nee, so nicht. Na, Moment. Ah, die Ladezeiten sind schön schnell. So. Scanner-Anomalie. Deshalb müssen wir den Planeten scannen. Wenn man die nachher alles komplett scannen will, hat man eine Menge zu tun. So. An der Stelle fixiert. Runter mit uns. Gut. So. 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 So, dann wollen wir mal sehen. Frenner Dampfnebel. Das ist bloß die Frage. Wir gucken nochmal rauf hier. Folge dem Verzerrung auf dem Scanner, ja gut. Jetzt sind wir noch nicht aktiviert, oder? Aber ich glaube, der zeigt uns hier trotzdem nichts, dann müssen wir den Scanner haben. Da hinten ist was. Einmal die Verzerrung. Das ist bloß. Da hinten schativas, ja gut. Das ist bloß. Untertitelung des ZDF, 2020 Bestimmt dahinten Ja Okay Das ist weg Da müssen wir rein Dann müssen wir eigentlich noch ein Artefakt bekommen Hier nicht Gucken wo das ist Dann müssen wir rein Okay 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 Ich weiß mittlerweile wie das geht Hier kommt gleich So eine Anomalie Oder wie man das nennt Da oben muss man schnell reinfliegen So 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 Da Da Ich hoffe das klappt jetzt So 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 Einmal Nein, da müssen wir noch mal raus Damit das nochmal von vorne ausgeht Jetzt wieder weinen da So Jetzt erstmal hin Machen wir die Pulle durch Jetzt müssen wir eine Miogra genau treffen Jetzt müssen wir eine Miogra genau treffen So 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 Jetzt war's der Controller Das hast ein bisschen blöd gemacht, aber Ich hoffe, das klappt jetzt Der geht nämlich auch wieder weg Jetzt aber hier Ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich dachte, du verschwindest, sobald du hast, was du willst, aber ich lag falsch. Ich plane eine kleine Soiree. Es geht um ein Artefakt, das wir kaufen werden. Ganz einfach. Der Verkäufer ist ein Freelancer in Neon. Das heißt, höchstwahrscheinlich wurde das Artefakt irgendjemandem gestohlen. Wir sollten bei der Verhandlung etwas mehr Präsenz zeigen. Und da kommst du ins Spiel. Dann wäre das abgemacht. Wir müssen in der Stadt vorher bloß noch ein paar Leute besuchen. Hinterher gebe ich dir einen aus. Sicher haben wir Platz für dich auf dem Schiff. Du wirst vielleicht etwas mehr Bewegungsfreiheit gewöhnt, aber es bringt dich hin. Das wird ein Kinderspiel, versprochen. Du musst mich bloß nach Neon bringen. Gib Bescheid, wenn du bereit bist. Dann auf ins Wohli-System. Oh, ich bin schon aufgeregt. So, das war natürlich die andere Mission. Wir müssen hier noch mit dem Victor reden. Geld macht's möglich, machen wir danach. Mal sehen, ob er... Das müsste ein anderer Planet sein. Was ist das? Der ist mit den車? Der ist mit dem Hintergrund.